Ich will mir wieder helfen. Jetzt nur zugucken, jetzt nur zugucken. Jetzt, jetzt zugucken. Ich will... Ich will das Kätzchen. Aber die sind nicht fertig. Ja, nicht. Nicht einfach, die sind nicht. Ein Ei. Auf den Tisch! Äh, äh. Okay, unsere Klinik. Ist gar nicht gut, finde ich. Komm, nirgends, wo mehr dran? Eibeeren! Die Oma ist... Shall you love Eiken? Wann hat das von? No. Na, ist eine Mädel. Oma? Ohpala. Alles klar? Tja. Mit einer bewunderswerten Selbstbeherrschung. Sag sie... Mama, du... Mama, du... Ja, ich... Awww. 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 Die lieben Omas Weihnachtstopp. Omas... Omas Weihnachtstopp. Aber hierher schauen wir uns nicht. Wenn wir nicht lag, wackelt die Kamera. Wir können nicht ruhig auslaufen. Nein. Finger weg, jetzt! Finger weg, Achtung! Oma, ufala! Ufala! Hupala! Zurück die Finger jetzt! Prozent auch die Nürzeln Prozent ich muss jetzt da hin zu den Kugeln Tate, Daniel, hier kommt der Teig! Habt ihr fertig schon den Teig? Aber wenn er fertig ist, kriege ich ein Stück, ne? Ja, nur ein Teil! Oh, will er ein Stück geben? Ich kann jetzt nicht schmeißen da rein, schmeißen da rein! Dann trinkt das Trinken steht auf dem Tisch! Beide Dünne zu gehen! Oh, ja, hoffe ich! Nachher kommt das Stück, was ich am meisten liebe an! Vom Spanischen her! Sie haben heute Morgen schon Spanische... Wir haben heute Morgen schon Spanische... Machen Sie schon Spanische Weihnachtsmusik? Äh? Wo denn? Ja, es will ich ja alleine warten! Wo war denn die Oma? Die Oma war auch... Kannst du das für mich schneiden? Kannst du das für mich schneiden, wenn ich halb? Du das auch bitte! Bitte! Gib mir die Stücke! Okay? Was willst du denn machen? Gib mir die Stücke! Das Messer? Oh Gott, ich bin! Nein, nicht das Messer! Die Stücke! Kann ich? Kann ich ein bisschen haben? Kann ich hier ein bisschen? Juste? Na, ne? Nein, wirklich, ich bin! Ich bin der Weiber.